Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch allen. Mein Name ist ihr und heute machen wir einen kurzen Stream und zwar mit Pokémon Feuerrot als Shinygold Sigma. Wo sind wir letztes Mal stehen geblieben? Letztes Mal haben wir hier in Mahaguna City stehen geblieben. Ich bin jetzt bei der siebten Arena. Ich habe die Rocket Story fertig gemacht und jetzt bin ich mal gespannt was mich hier erwartet. Ich habe das noch nicht so weit gemacht. Wir haben sogar das Rote Garakos. Ja, aber die Rolle will ich mich immer noch nicht entwickeln. Warte mal, habe ich die rote Haut? Ich habe keinen Pokémon Fliegen, doch. Key-Item. Hier, Red Scale. Doch, habe ich. Dann kann ich nämlich mit Muskel-Daten ein bisschen... Wo bin ich jetzt? Ich habe aber nicht aus der Altstadt. Wo bin ich jetzt gerade? Cherry Grove? Nö. Da war ich definitiv nicht. So. Wo bin ich? Ich bin jetzt mal so. Ich bin jetzt mal die Gäste. Ich bin jetzt mal ein paar Mal. Hier soll ich gewesen sein. Hier war ich aber nicht. Ich bin jetzt aber noch ein paar Mal. Ich bin jetzt aber noch ein paar Mal. So. Gut, das ist gut, äh, EP-Teile, äh, hier, das, okay, Gift, das Gull, und Lucky Egg geht an Karathos, dass es auch noch ein bisschen im Level aufsteigen kann, aber jetzt kommt erst mal, hier, ein Speicher, nicht, dass es das Spiel abschmiert, so, ach nö, das ist ein Muscher, ja, ein Muschus, es sieht so viele Punkte, mein Gott, oh Gott, ich bin noch ein bisschen erkältet, also nicht wundern, ähm, Sekunde, 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 ich schätze mal, da komm ich jetzt noch, weiß ich nicht, was passiert, wenn ich da runterfahre? Da komm ich dann hier runter, okay, ja, das hab ich benötigt, also das auf jeden Fall, ah, ich kann da auf dem Ei, okay, ich glaub ich hab's kapiert, aber wieso will die nicht kämpfen? Ich bin mit dem Kämpfen, aber ich glaub, komm ich da dazu? Hier komm ich dann, hier zurück, okay, okay, hab's gefunden, okay, hab's gefunden, okay, Ach nö, auch noch Erholung, Erholung und Tränke, und dann noch ein Aufdruck, okay, und da kommen jetzt noch tränke oder wie noch mal x ist weg war vielleicht ein fehler aber egal jetzt wiederum gehe ich darüber geht es schon mal nicht ja wieso frage ich wenn ich schon gesehen habe oh gott wie viel denn noch dann aufdehnen ich mache ich doch oder geht die also jetzt auf jeden fall schnell die kogman heile ok ist da das habe ich mir jetzt merken können wie wird das noch mal dahin, 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 dahin naja mischt ich weiß es schon gar nicht mehr da unten rum war es ja nicht doch ups darum und darum darum die wir sind nicht da hin 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 Nein oder? Ich hoffe jetzt dass die Treppe noch da ist. Nein die Treppe ist nicht mehr da. Ok. Wieso umständlich wenn es auch einfach geht. Upsi. Ok. Hier hin, hier hin. Ah, geschafft. Ich hoffe ich schaffe jetzt die Arena auch in einem Stück. So, schon mal. Ok, hier hin, hier hin. ok da habe ich null chance ich probiere jetzt gleich nochmal vielleicht so unfair 1 2 3 4 und dann gritt habe ich überhaupt Items dann? Max Pot ja 1 2 3 4 5 6 Max Pot oder? Max Pot ja Max Pot ja übertrank nein jetzt habe ich verloren ja klar ok nein ja doch ok mit einem riolo war es die ganze zeit also mit einem gardero war das ist mein setup und also durch gardero habe ich das jetzt echt hinbekommen dann schaue ich mal dass garados auch mal richtung level 40 kommt ach hier komme ich rein ich weiß es doch noch ein bisschen ach ne halt 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 ach ne ich muss erst in der radeturm oh meine nase juckt ja super ich darf gleich wieder heilen gehen also da war das in dem spiel irgendwie sehr schlecht ich hoffe ich muss jetzt nicht nochmal meine pokémon heilen und du ste level 41 ja wieso das kloppt ich glaube ich muss da gut trainieren ich glaube ich muss da gut trainieren haben die einfach mal top genesungen ich werde auf jeden fall alle drei mal hier drin machen in der hoffnung ich kriege um und die halt und das ist das ist das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 ok hat funktioniert dann pokémon oder heile ich bin gespannt ob ich noch der gesamte radioturm schaffen kann nach ebenholz city möchte ich lieber im nächsten stream aber jetzt kommt es dann das große nervige passwort gut dann das wieder zum kein trainer jeden items das wusste ich jetzt nicht jetzt doch zeit alles abzusuchen also damals war es so mit 321 konnte man das easy going machen aber irgendwie will es jetzt nicht dann gehe ich nochmal raus und mache dann 312 3129 und wieder alle habe ich das wirklich auszumachen ok ich bin lost an der stelle machen wir nochmal 312 ne dann machen wir das da ne 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 immer noch nicht ne 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 noch nicht jetzt sind alles sache zu machen wir mal so jetzt ist er auch vor zerstört zu zerstört immer noch zu ich gehe noch mal raus hey das resettet nicht also einmal auf so der 2er an der 1er an und dann den 3er okay geschafft gut ich kenne die pokémon deswegen keine ahnung was sie können ja ein plan aus mit mogel potrotz das trifft aber ich noch auch okay die sind schon mal besiegt ich hab doch hier genau das da bekomme hier sind noch zwei trainer so dann das hier einmal speichern da kannst du auch mal burn raushauen ne so kann ich das nicht machen kann ich hier vielleicht linkkabel ultraball ether full restore gut jetzt kann ich bisschen dieses b1f manchmal nerven die leute einfach in dem sind in der weg laufen so oh kardos kardos nicht übertreiben kardos das kardos 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 Flame Wheel und Fire Punch, Flame Wheel und Fire Punch, immer noch Flame Wheel und Fire Punch. Je, endlich! Hat aber auch mal Zeit. Na gut, hat nicht die spektakuläre Stats, aber immerhin endlich entwickelt. Trifft Blim. Ah, jetzt sind die Sachen viel besser. Sieht die Sache komplett anders aus. Oh, Mini Mice. Oh, gerade so noch. So, Rainbow Wing. Und eine Frau, die mal wieder im Weg steht. Sag nicht. Ah, okay. So, der Radio Tower ist auch gesaved. Jetzt könnte ich theoretisch nach Ebenhold City, aber ich gehe mal kurz nach Teak City. Also theoretisch ist hier jetzt. Okay, nein, darf ich noch nicht. Okay, dann halt nicht. Ich wollte Ho-Oh eigentlich einen Besuch abstatten. Tja, dann Abmarsch nach Ebenhold City. Das wird aber erst in der nächsten Folge passieren. Denn, ja, bei Pokémon mache ich nie so lange. Gut, dann, oh, wo ist er mal hier? Mega Bracelet. Ja, klar. Weißt du, wie war das? What? Ich habe doch da mal. Das war schon mal nüt. Auf jeden Fall gibt es da einen Drassler. Was? Wieso kann ich das nicht? Wieso geht das bei Garathus nicht? Ah, da war Garathus. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Wie schaffe ich das jetzt mit der Mega? Wie schaffe ich das jetzt mit der Mega? Ich mache noch mal das andere. Ne, das andere war es nicht. Das heißt, bei Garathus ist Megastone A. Aber wie kriege ich das hin? Wie war das nochmal? Oh Gott, keine Ahnung. Gut. Dann einmal. Wo ist es wieder da? Lucky Egg. Gift Garathus. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hat Spaß gemacht. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Nachmittag. Genieß die Zeit. Bleib gesund. Dankeschön. Euer Rio.